hallo und willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder eingeschaltet habt ihr könnt ihr oben schon lesen heute gibt es eine montage guide für den grafikkartenumbau auf wasserkühlung anhand im beispiel einer rx570 und einem bixkey gpu wasserblock wer mit dem hersteller so rein gar nichts anfangen kann dem kann ich dann mal jetzt oben in der infobox mein video aus der letzten woche empfehlen da haben wir uns den wasserblock angeschaut haben ein kleines unboxing gemacht und mal in die verpackung reingeguckt wenn ihr besitzer von anderen grafikkarten zum beispiel von nvidia oder eben auch einfach stärkere grafikkarten seid dann braucht ihr euch keine gedanken machen der guide ist von mir so aufgebaut dass ihr auch andere hersteller mit anderen wasserblöcken ohne probleme verwenden könnt denn eins haben alle grafikkartenumbaus auf wasserkühlungen gemein es ist dasselbe ablauf natürlich ihr habt andere schrauben ihr habt einen anderen kühlblock im allgemeinen andere karte eine andere platine trotzdem die einzelnen arbeitsschritte sind dieselben und ich werde auch versuchen im video immer wieder mal darauf einzugehen und euch dann darauf hinzuweisen wenn sich doch mal irgendwas ein bisschen ändert prinzipiell braucht ihr euch also keine gedanken machen ich habe den guide versucht so einsteiger freundlich wie möglich zu machen trotzdem wenn ihr fragen habt dann gerne schreibt mir es in die kommentare ich versuche euch dann da so gut es mir möglich ist zu helfen jetzt geht's los mit dem montage guide wir machen noch mal ein ganz kleines grafikkarten unboxing und dann fangen wir direkt an mit dem bau ich wünsche euch viel spaß mit dem heutigen video los geht's mit einer geeigneten unterlage nehmt euch am besten ein heft das ist weich genug und schützt eure grafikkarte dreht eure grafikkarte nun auf die rückseite denn wir müssen an die schrauben der backplate entfernt nun das garantiesiegel eurer platine das muss leider sein sonst kommt ihr nicht an die entsprechende schraube deswegen sollte man sich immer gut überlegen ob man den umbau auf wasserkühlung wagen möchte wenn noch garantie auf der karte vorliegt und dass die plombe auf eine der vier schrauben die jetzt mit den grünen pfeilen markiert wurden geklebt wurde ist kein zufall diese vier schrauben sind wichtig denn sie sorgen für den anpressdruck der platine auf den kühlkörper oder umgedreht dem kühlkörper auf den chip den eigentlichen grafikchip und das ist tatsächlich bei jeder platine gleich wenn ihr eine größere grafikkarte habt oder sogar ein top modell eine rtx 30 90 oder 6900 xt dann habt ihr auch bei denen diese vier schrauben unterschiedlich wird es tatsächlich erst bei den schrauben mit den blauen pfeilen markiert und bei den halterungen ich nenne es jetzt mal so mit den roten pfeilen markiert bei vielen grafikkarten herstellern und modellen sind jetzt hier an dieser stelle in den roten pfeilen auch schrauben die sind meistens dazu zuständig die backplate an die platine zu schrauben und gleichzeitig auch noch ein bisschen druck auf den kühlkörper mit zu geben das ist allerdings von hersteller und modell immer wieder unterschiedlich in dem fall bei der xfx radio und rx570 haben wir hier solche befestigungen die sind auf der anderen seite das sehen wir dann gleich wenn wir die grafikkarte demontieren mittels schrauben mit der backplate verbunden und damit wird ein gewisser anpressdruck auf die platine ausgeübt habt ihr ein anderes grafikkarten modell dann kann es durchaus sein dass ihr jetzt an dieser stelle auch schrauben seht die müssten dann definitiv gelöst werden damit ihr an euren grafikchip rankommt und den kühler demontieren können denn es ist immer wieder von hersteller zu hersteller unterschiedlich viele nutzen den anpressdruck der kleine schräubchen um einfach eine höhere stabilität der grafikkarte zu haben und zusätzlich haben natürlich auch größere und teurere modelle eine backplate die einen aktiven kühlungsschutz haben die hier zum beispiel ist einfach nur reine dekoration und da unser bixkey wasser kühler für die rx570 keine mitgelieferte backplate im verpackungsinhalt hat haben wir ja im ersten teil vorige woche schon gesehen behalten wir natürlich die platine und deswegen brauchen wir uns auch keine gedanken machen wegen der dämmung tausche die bleibt nämlich drauf und die nutzen wir weiter habt ihr alle schrauben gelöst dann kann es sein dass eure grafikkarte immer noch nicht vom kühler zu lösen ist das liegt dann meistens an schrauben die in der anschluss blende befestigt sind die müsst ihr dann auch noch lösen bei der rx570 sehen wir jetzt gleich im video sind die nicht drin aber ich erzähle es euch noch mal ihr habt wahrscheinlich ein teueres und stärkeres grafikkarten modell und da kann es durchaus sein dass eben da noch schrauben drin sind genug mit den einleitenden worten jetzt geht es ans eingemachte wir demontieren unsere backplate und damit auch unseren kühlkörper und damit auch unseren kühlkörper alle schrauben sind demontiert klasse jetzt können wir vorsichtig die platine vom kühlkörper abnehmen das kann nun etwas schwerfällig sein rüttelt etwas an der backplate ganz leicht dann merkt ihr den widerstand und dann könnt ihr sie wahrscheinlich auch relativ leicht abnehmen ich sage es extra noch mal wendet keine gewalt an hier ist wirklich vorsicht angesagt entfernt nun noch das lüfter steuerungskabel und dann seid ihr mit dem arbeitsschritt auch schon fertig ist der kühler entfernt sehen wir auch unsere schrauben die mit der backplate verbunden sind was wir vorhin gerade besprochen haben wenn ihr diese entfernen möchtet müsstet ihr nun diese fünf schrauben noch lösen denn wie wir es vorhin schon besprochen hatten bei größeren grafikkarten modellen und größeren wasser kühlern gibt es dann auch gern mal noch eine extra backplate dazu manche haben auch noch eine kühlende funktion da müssen dann neue wärmeleitpads drunter und dann müsstet ihr eben auch die backplate entfernen bevor es nun weiter geht zeige ich euch jetzt erst mal vier wichtige hilfsmittel die wir dringend für unsere grafikkarten wasserkühler montage benötigen das ist einmal destilliertes wasser isopropanol eine packung papier taschentücher an dieser stelle könnt ihr natürlich auch küchenrolle verwenden geht genauso und das vierte hilfsmittel ein trichter wie und wann wir das verwenden das erfahren wir natürlich jetzt im laufe des guides wenn ihr das also noch nicht zu hause habt dann schnell in den baumarkt holt euch das braucht ihr auf alle fälle den isopropanol und die papier taschentücher benötigen wir gleich im anschluss denn wir wollen unsere grafikkarte säubern isopropanol lässt sich hervorragend zum reinigen von platinen und chips verwenden deswegen ist das meine empfehlung wir starten zuerst mit dem chip die alte wärmeleitpaste muss runter der chip ist gereinigt wunderbar jetzt kann es weitergehen mit dem rest der karte ihr seht hier unten in der ecke noch ein paar kleine wärmeleitpaste resten das ist nicht weiter tragisch ihr müsst immer daran bedenken wenn ihr solche ecken mit sauber machen wollt dann müsst ihr sehr vorsichtig agieren diese kleinen widerstände halten nicht viel aus und deswegen verwendet nur papier taschentücher küchenrolle kleine wattestäbchen mit isopropanol und nichts anderes wir tragen gleich wieder nur neue wärmeleitpaste auf und deswegen sind ein paar rückstände der alten wärmeleitpaste halb so wild und jetzt kommen wir zu stellen an der karte da will man gar nicht so nah ran zoomen und ganz genau hinschauen müssen wir aber das muss unbedingt sauber gemacht werden denn hier kommen dann später neue wärmeleitpaste drauf und deswegen zaubern wir das jetzt wieder mit unserem isopropanol und den papier taschentüchern schön blitzeblank gott sei dank das war eine ganz schöne sau arbeit muss ich mal sagen da der dreck war extrem verkrustet dran gewesen ist aber nicht meiner ich schwöre es die kaffee karte habe ich gebraucht gekauft aus china kommen lassen für ein anderes video projekt ich verlinke euch jetzt mal oben ein zwei videos in der infobox könnt ihr gerne mal reinschauen was ich denn mit der rx570 alles so eingestellt habe unsere rx570 erstrahlt fast wieder wie im alten glanz es empfiehlt sich auch noch die speichermodule wie ihr es jetzt mit den grünen pfeilen markiert sehen ebenfalls noch mit isopropanol zu reinigen habt ihr alles gereinigt seid ihr mit der platine zufrieden dann nehmt nun euren wasser kühlblock wie im bild vor euch auf den tisch wir klappen den kühlblock gleich wie mit den bunten pfeilen markiert einmal herum und setzen ihn auf die platine dabei ist es wichtig dass ihr auf die anordnung der speicher bausteine achtet und auch auf dem chip logischerweise wie ihr es jetzt hier mit den blauen pfeilen markiert seht denn auch dieselbe anordnung finden wir logischerweise auf unserem kühlblock die gefräste fläche des kühlers hat leichterhebungen wie ihr es eben jetzt schön sehen könnt und die passen eins zu eins auf die gegenstücke der platine und wir sehen noch eine weitere erhebung auf dem kühlkörper jetzt mit dem roten pfeil markiert die ist für unsere kleinen dreckigen chips die wir gerade intensiv mit isopropanol gereinigt haben es wird spannend alles ist gereinigt unsere platine ist perfekt vorbereitet wir haben unsere zu kühlen stellen identifiziert jetzt können wir unsere wärmeleitpads zurecht schneiden nehmt dafür eine schere haltet sie grob über den chip den ihr kühlen wollt und schneidet das wärmeleitpad großzügig ab ihr müsst es nicht genau ausmessen das wärmeleitpad kann auch ein bisschen über den chip rüber hinausragen das ist kein problem und so verfordert dann mit allen zu kühlenden stellen auf eurer platine und dann mit allen zu kühlen das war doch mal eine schöne bastelarbeit ihr habt gesehen links die kleinen chips da musste ich ein bisschen stückeln auch das ist kein problem die wärmeleitpads sind schon so aufgebaut dass ihr da ohne probleme auch ein bisschen stückeln könnt das stört die chips auf keinen fall auch hier ist an dieser stelle noch gesagt habt ihr ein anderes grafikkarten modell was ein bisschen größer ist was ein bisschen mehr power unter der haube hat dann sieht natürlich die anordnung wieder ein bisschen anders aus der chip ist deutlich größer macht euch keine gedanken der ablauf ist immer der gleiche ihr müsstet halt in diesem fall in euer handbuch schauen und gucken welche chips gekühlt werden müssen und dementsprechend dann eure wärmeleitpads aufkleben wer sich jetzt die brennende frage gestellt hat was denn mit diesem einen wärmeleitpad auf sich hat dieses ist für die gpu damit könnten wir jetzt unsere gpu kühlen das verwenden wir aber nicht ich zeige es euch trotzdem mal weil es im lieferumfang mit dazugehört wir verwenden wärmeleitpads ich bin kein freund von wärmeleitpads auf dem gpu wärmeleitpads sind einfach nicht ganz so effizient wie eine sehr gute wärmeleitpads deswegen ich habe es euch noch mal gesagt ihr könnt diese natürlich trotzdem verwenden rechts schneiden drauflegen ich für meinen teil würde euch aber immer empfehlen nimmt wärmeleitpads und aus diesem grund schnell runter mit dem teil zum einsatz kommt bei mir arctics mx4 eine der geilsten wärmeleitpads auf dem markt habt ihr jetzt keine zu hause dann müsstet ihr euch natürlich jetzt noch mal welche besorgen sorry das hatte ich am anfang des videos nicht mit erwähnt aber ich hatte es unten als titel mit eingeblendet als wir die aufstellung gemacht hatten für die hilfsmittel ihr benötigt natürlich nicht unbedingt die wärmeleitpads ihr habt ja gerade gesehen das wärmeleitpads würde auch funktionieren die mx4 ist aber eine deutlich bessere alternative und die ist auch von mir eine empfehlung und zum verstreichen braucht ihr auch einen geeigneten spachtel ihr könnt natürlich auch eine chipkarte verwenden das geht genauso für die gpu ist es allerdings etwas schwieriger trotzdem nicht unmöglich wenn ihr so einen kleinen spachtel nicht habt die gibt es gerne mal zu wärmeleitpads mit dazu wenn ihr euch eine kauft bei namenhaften firmen sind solche teile zum verstreichen der wärmeleitpads in der regel mit dabei guckt einfach mal was es auf dem markt so gibt wenn ihr sowas nicht habt und jetzt nur chipkarte probiert dann macht ein bisschen vorsichtig ihr wollt ja die wärmeleitpads nicht unbedingt auf der ganzen platine verteilen habt ihr sowas noch nie gemacht dann würde ich euch mal oben in der infobox ein video verlinken da habe ich zwar keine gpu mit einer chipkarte und der wärmeleitpads bearbeitet allerdings eine cpu wenn ihr dann mal wissen wollt wie das funktioniert das ist ein kompletter montage guide für prozessoren und am ende des videos zeige ich euch auch noch mal wie er wärmeleitpads mittels einer chipkarte auf dem prozessor verteilt aber keine bange wir machen das natürlich jetzt auch hier im video wir werden die wärmeleitpads jetzt highlife auf den chip auftragen ihr habt im video gerade gesehen klatscht nicht so viel drauf in dem tütchen ist wesentlich mehr was wir eigentlich benötigen die ist ja eigentlich für den prozessor gedacht ihr seht es jetzt reicht vollkommen aus und ihr wart auch keine angst zu haben wenn ihr noch ein bisschen über die ränder drüber meiert das ist nicht so tragisch macht trotzdem ein bisschen vorsichtig auch wenn die wärmeleitpads über die ränder etwas hinausragen könnte ihr wollt das ja trotzdem nicht auf die ganze platine verteilen deswegen sage ich es noch mal verteilt sie einfach nur auf dem gpu unsere grafikkarte ist nun perfekt vorbereitet bevor wir jetzt unseren kühlkörper auf die chips aufsetzen können müssen wir ganz zwingend noch die schutzfolien der wärmeleitpads abziehen ich hatte es vorhin schon eingeblendet ich hoffe ihr hattet es auch schon beim aufkleben gemacht diese wärmeleitpads haben zwei schutzfolien oben und auf der untere seite deswegen musstet ihr vorhin schon die erste hälfte abziehen ich hoffe das ist schon erledigt und jetzt machen wir noch die zweite seite nun war es mit dem drehen der videos für den montage guide schon wieder ein bisschen zu schnell gewesen es sind tatsächlich noch drei kleine chips die zusätzlich noch mit wärmeleitpads versehen werden müssen die sind aber auch so klein und knuffig ja die kann man doch auch bei im eifer des montage gefechts mal vergessen und habt ihr keine rx 470 480 570 580 dann ist sowieso für euch bloß eine nette information am rande denn bei anderen grafikkarten sieht die verteilung der wärmeleitpads sowieso wieder ganz anders aus der kleinste chip von den dreien jetzt mit dem grünen pfeil markiert ist sogar so mini dass ein wärmeleitpad nicht mehr ausreicht um den kontakt zum kühlkörper herzustellen deswegen sind hier sogar zwei wärmeleitpads drauf ich bezweifle auch dass es eine sehr große kühlwirkung erreicht da wird wohl auch nicht so viel wärme erzeugen aber wenn ihr die möglichkeit habt diesen mit dem kühlkörper mit wärmeleitpads zu verbinden dann empfehle ich euch auch dies zu tun schaden tut es auf keinen fall einen wichtigen arbeitsschritt müssen wir noch erledigen bevor wir den kühlkörper auf die platine setzen können es muss noch eine der schrauben die die backplate mit der platine verbindet entfernt werden denn es gibt an dem kühlkörper einen abstandshalter den wir gleich noch mit der karte verbinden müssen diesen seht ihr hier noch mal im bild der sorgt einfach für wesentlich höhere stabilität eures kühlkörpers auf der platine holt euch jetzt einen der abstandsringe aus dem lieferumfang und setzt diesen auf den abstandsbolzen und nun geht es wirklich zur finalen hochzeit der platine mit dem kühlkörper und dafür verwenden wir noch mal den original karton von bixky der eignet sich hervorragend als unterlage für unseren kühlkörper den wir jetzt auf den karton drauflegen noch eine kurze erklärung warum wir jetzt so verfahren wir könnten ja auch die grafikkarte auf den tisch legen und dann den kühlkörper draufsetzen das ist eher weniger ideal da unsere karte ja auch noch eine rückblende hat und diese bei der montage dann in konfrontation gerät schauen wir uns die platine jetzt noch mal an hier sehen wir alle fertig verklebten wärmeleitpads auch die gelöste schraube die dann auf unseren abstandshalter kommt und wir sehen die blende die ohne unseren original karton etwas bei der montage stören würde nehmt nun eure grafikkarte vergewissert euch dass ihr sie korrekt haltet und setzt dann diese mit den bohrungen in der platine genau über die gewinde bohrungen des kühlkörpers macht auch schön vorsichtig nicht dass ihr zu sehr jetzt die wärmeleitpaste verschmiert ihr habt fast geschafft nun müssen wir die ganze geschichte noch verschrauben dafür nehmt ihr die vier federschrauben aus dem lieferumfang nicht die original schrauben das ist ganz wichtig denn wenn wir uns die schrauben links aus dem lieferumfang mit den schrauben rechts aus der original karte vergleichen dann fällt natürlich sofort auf die links sind viel kürzer und das brauchen wir auch denn würden wir die original schrauben verwenden wäre viel zu wenig anpressdruck auf der platine und der kühlkörper würde nicht korrekt sitzen und demzufolge auch nicht korrekt kühlen das wiederum würde dann zu höheren temperatoren oder sogar zu einem komplettausfall der grafikkarte führen das wollen wir natürlich nicht deswegen verwendet immer zwingend die federschrauben aus dem lieferumfang setzt nun eure vier federschrauben auf die entsprechenden bohrungen natürlich müssen die schrauben auch noch angezogen werden das macht ihr zwingend über kreuz wie ihr jetzt hier im video sehen könnt nehmt natürlich auch ein anderes werkzeug ich habe das mal aus dem lieferumfang genommen um zu demonstrieren dass es damit auch funktioniert und über kreuz ganz wichtig damit ihr nicht verkantet beim anziehen der platine auf den kühlkörper zieht diese aber noch nicht ganz fest es kommen ja auch noch weitere schrauben die wir mit der platine verbinden müssen zum beispiel diese beiden original schrauben diesmal aus der original karte das ist schon ganz schön verwirkend ich weiß diesmal müsst ihr diese wieder zwingend verwenden weil die in den beiden bohrungen auch entsprechend funktionieren auch hier zieht ihr die schrauben noch nicht ganz fest es kommt noch eine weitere dazu nun schließe ich den vogel ab beziehungsweise bixkey schießt den vogel ab jetzt brauchen wir wieder die schrauben aus dem lieferumfang es sind kleine m2 schrauben wie die beiden originalen die wir bereits reingedreht haben trotzdem funktionieren die nicht an diesen beiden stellen wie wir es eben gerade getan haben weil sie doch wieder eine etwas andere form haben auch wenn es m2 schrauben sind würden die trotzdem da nicht reinpassen ich sag's euch extra noch mal für die letzte schraube die wir nämlich den abstandsbeutel gleich rein drehen benötigen wir zwingend die aus dem lieferumfang wir brauchen auch nur eine einzige m2 schraube von dem 10er pack aus dem karton für unsere rx 570 ich vermute mal ganz stark bei größeren grafikkarten werden wir auch mehr schrauben benötigen deswegen sind auch mehr da aber für die kleine xfx karte ist eben nur eine von nöten fädelt die schraube mit der hand leicht an und den rest macht er wie ihr es jetzt hier seht mit dem schraubendreher hier nochmal der fertig montierte abstandsbolzen mit der festgetreten m2 schraube lasst euch von der optischen täuschung des bildes nicht verwirren die platine falls sich der eine oder andere die frage gestellt hat ist nicht krumm nein das liegt an der speziellen form der backplate die ist nach hinten so ein bisschen dreieckig ausgeschnitten und deswegen wirkt das als würde das krumm sein die platine ist absolut eben nun seid ihr fast fertig jetzt dürft ihr selbstverständlich alle schrauben noch final anziehen der letzte finale arbeitsschritt ist gekommen wir verbinden den vier polischen adapter für den 12 volt rgb anschluss des mainboards von solchen rgb wahnsinn gibt es natürlich auch schon einiges auf meinem kanal ich verlinke euch noch mal ein letztes video jetzt oben in der infobox wir sind durch mit dem heutigen montage guide ich hoffe ihr konntet eure grafikkarte genauso wie es jetzt hier im bild zu sehen ist aufbauen und euren wasser kühlblock ohne größere probleme montieren falls ihr noch fragen habt ich hatte es am anfang in der anleitung bereits gesagt ab damit in die kommentare ich versuche euch so gut es mir möglich ist nach bestem gewissen zu helfen wenn euch mein video gefallen habt und ihr alles halbwegs gut montieren konnte dann würde ich mich freuen wenn ihr mir einen daumen hoch gebt wenn ihr mir ein abo da lasst und die glocke aktiviert verpasst er keine weiteren hardware videos es wird jede menge neue spannende videos geben es ist auch schon einiges mit grafikkarten mit cbus auf meinem kanal erschienen ich verlinke euch jetzt mal hier oben gleich und da drüben in der ecke und unten in der ecke ein paar video empfehlungen die bereits auf meinem kanal schon erschienen sind nächste woche gibt es mal wieder zum auflockern in kleines spiele video es gibt immer mal wieder was von world of tanks von herder ringe und jene menge anderen games wenn ihr das nicht verpassen wollt dann drückt doch einfach mal auf den abo button und dann sehen wir uns vielleicht schon nächste woche beim spiele video wieder oder in den darauffolgenden wochen bei neuen hardware themen bis dahin macht's schön gut und ciao wird hier und Bis zum nächsten Mal.